Hallöchen, willkommen zu der letzten Pokémon-Proven in diesem Part Arena. Unser letzter Worten ist angesagt und jetzt betreten wir es einfach mal. Na, wie sieht es aus aus auf dem Weg zum Champ Kevin? Arena-Leiter Vasily Incinerville ist ein Meister der Wasser-Pokémon und auf dem Weg zu ihm wirst du auf gefrorenem Boden ins Rutschen kommen. Tut mir leid, aber mehr kann ich dazu nicht sagen. Der Rest des Weges musst du alleine meistern. Ja und zwar sind hier immer solche brüchigen, ja ist hier so ein brüchiger Boden und wenn wir rüber gehen, dann ist er kurz zum Zerbrechen und wir müssen es jetzt so machen, dass wir hier auf allen Eisdingern hier rüber laufen und dann öffnet sich diese Treppe hier, die eingefroren ist und wir können dann weiter gehen. Und jetzt haben wir es falsch gemacht, deshalb müssen wir wohl übel übel in den Boden rein krachen, wo hier Trainer auf uns warten und zwar viele Trainer. Du bist den ganzen Weg hierher, hier durchkommen, aber bist du Vasily, dringst du nicht vor, weil du gegen mich verlieren wirst. Ach, sehr hochnäsig, diese Trainer. Naja, machen wir uns den schnell fertig und dann kämpfen wir gegen Vasily. Oh, Walzer kann, äh, Walmer kann wahrscheinlich Walzer. Deswegen setze ich jetzt vorsichtshalber mein Schutzschild ein, um zu sehen, ob er auch Walzer drauf hat. Und, kannst du Walzer? Er kann er staunen, aha, okay, gut, dass ich Schutzschild drauf habe. Denn ansonsten wäre Ninjathom jetzt auch down gewesen mal wieder. So, jetzt dringere ich mal ein bisschen unser Tropius, wenn wir nicht Ninjathom einsetzen können. Und er benutzt Weißnebel. Tja, okay, dann würde ich sagen, wir tun einen Solarstrahl vorbereiten mit Sonnentag. Oh, da staunst du, was? Ja, 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 Tropius kann die Sonne zum Hervorschein bringen. Aber es kann noch keine Synthese, leider. So, jetzt Solarstrahl. One-Hit-Kill? Das ist bestimmt One-Hit-Kill, ne? Oder? Ja. Das hat Level 40, aber trotzdem One-Hit-Kill. Unsere Pokémon sind, naja, sind auch Level 40. Also ein bisschen schwach, würde ich sagen, für das Niveau jetzt gerade. Und für das zweite Walmer, das wahrscheinlich auch erstaunen kann, werde ich hier wieder einen Solarstrahl einsetzen. Bam, und down. Nein, jetzt aber, du stirbst jetzt, damit das mal klar ist, ja? So, tschüss, Walmer. Level? Level 39 für Tropius. Adelheit. Du bist stark, ich habe mich durch dein unschuldiges Aussehen täuschen lassen. Tja, Aussehen, äh, ist nicht gleich, äh, ach egal, ich, mir fallen keine Worte mehr ein. Annotik über das Ei zu gleiten und in die Linien zu berühren. Ein Trainer, der das beherrscht, wird auch in anderen Dingen elegant wirken. 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 So spricht man drauf. Daniela. Na, Kanivana kann bestimmt etwas gegen den Jaton. Ich sage ihm nur Knirscher, aber es umzuschauen, ob es Knirscher drauf hat. Setze ich wieder Stutschelt ein, dafür haben wir Stutschelt ihm beigebracht und es kann Knirscher. Das heißt, ich wechsle jetzt. Und zwar wieder zu unserem Tropius. Und mache wieder dasselbe wie vorhin. Sonnentag und Solarstrahl. Das sind übrigens die letzten Wasserpokémon, die jetzt noch kommen. Weil ja, dann ist Liga angesagt. Und da wird es keine, nicht mehr so viel Wasserpokémon geben, wie wir jetzt in den letzten 10 Parts immer begegnet sind. Boah, das ist ja fast, wenn ich nervig. Nur Wasserpokémon. Konnte man gar nicht richtig kommentieren. Einfach so wie Wasserpokémon. Immer den selben Scheiß. Lame, Leute. Einfach nur lame. Naja. Also, naja. Ich kann verstehen, warum diese Generation so unbeliebt ist. Weil hier es immer nur dieselben Wasserpokémon gibt. Und ja. Also ich kann es voll verstehen. Okay, jetzt hat er nur noch zwei. Weil, naja. Oh man, diese Pokémon, die sind so langweilig. Ich bin nicht schon so auf den letzten Parts begegnet. Das ist gar nicht mehr spannend, gegen die zu kämpfen. Und ich weiß auch nicht mehr, was ich dazu kommentieren soll. Oh, schon wieder ein Weimar. Unser millionstes Weimar, gegen das wir schon angetreten sind. Oh mein Gott. Und tschüss. Oh. Okay, was kommt jetzt? Oh, Heido. Ja, Heido ist cool. Sind wir noch nicht begegnet. Also, das geht eigentlich. So, hier Solarstrahl. Just for you. Und so Heido ist down. Tschüss, So Heido. Dann, Yelam ist down. Ey, entschuldige mich. Okay, ich weiß gar nicht mehr, wie ich das kommentieren soll. Also, ich tue so euer eigenes Bild drauf machen, wie ich das kommentieren soll. Was? Hm. Ich kann mich noch an so Ficklesplay, ne? Da haben wir ja kommentiert, was die Pokémon sagen. Soll ich es hier jetzt auch noch mal machen? Ne, ich mache es hier dieses Mal nicht. Oh, er ruft sein Pokémon zurück und ruft Meryl, dass er wahrscheinlich Walzer kann, ne? Natürlich. Also, bei Azuriel werde ich jetzt extra Niatom verwenden, weil ich Niatom einfach mal jetzt da nutzen möchte. So, ich wachse zu Tropius. Jetzt kommt ein Walzer mit 100%iger Sicherheit. Ist das sehr effektiv gegen Tropius, der Walz. Was, Regentanz? Okay. Ich dachte, jetzt kommt Walzer. Egal, komm. Er setzt Regentanz ein. Äh, ja gut, dann setzen wir so einen Tag ein und sein Regentanz hat aus. Es hat ausgeregnet. Riese Attacke. Ja, eine richtig gute Normalattacke. Riese Kottel. Da habe ich auch einen oder anderen Pokémon schon beigebracht in einem Let's Play. So, Solarstrahl. So, jetzt kommt wahrscheinlich Azuriel und wenn nichts, kommt Azuriel und dann werde ich wechseln. Wahrscheinlich kommt Azuriel. Oder? Es kommt auch Azuriel, ne? Ah, Azuriel. Perfekt eigentlich, super. Okay, dann käme Azuriel und dann kommt Azuriel. Da wächst ich dann zu Negatom und dann hat Negatom ein wenig Spaß mal wieder. Ach komm, schon, das bisschen. Ach Mensch, wahrscheinlich noch ein, zwei KP oder so. Aber zu Mary sind wir auch noch nicht begegnet. Das hätte man auch öfters einbringen müssen, dieses Pokémon. Ah, es trägt eine Beere. Ist ja mal super. Eine Sienelbeere. Als ob das was bringen würde. Sienelbeere heilt 10 KP. Aber es waren doch bestimmt keine 10 KP, die da geheilt wurden, oder? Oder hat Azuriel so viele KP? Keine Ahnung. Ich hatte ja noch nie eine Azuriel im Team. Nun, jetzt kommt Azuriel. Da wächst ich zu Negatom. Und ich glaube, ich gebe den EP-Teil jetzt auch mal Negatom wieder. Denn unser Welser, das wir den EP-Teil gegeben haben, hat für Level 42. Unser Negatom hingegen hat nur Level 37 und ist sehr unterlevelt. Das Lärm funktioniert nicht. Ich schaue nochmal nach, ob Azuriel auch bereits da drauf hat, indem ich nochmal Schutzschutz einsetze. Und kannst du, Welser? Er kann nur Routenschläge. Okay, jetzt kann er gar nichts mehr machen. Das heißt, Toxin. Bist du jetzt nicht leid, immer gegen einen Negatom zu kämpfen, dass du nicht angreifen kannst? Das Gift ist eigentlich das Leid, was Azuriel ertragen muss, weil er unseren Negatom nicht angreifen kann. Okay, Geheim Power. Sternschauer kommt raus, oder? Nee, Stärke. In der Arena kommt Stärke raus. Okay, muss ich mir merken. Ist wichtig. Was ist das? Eine Beere. Warum geben sie ihren Pokémon Beeren, obwohl die gar nichts bringen, die Beeren? Naja. So, das Gift leidet. Das Gift wird dich jetzt auffressen. Und Tschüss, Azuriel. Ich freue mich schon, wenn wir in die Liga gehen. Dann habe ich endlich wieder ein bisschen Spaß ans Kommentieren, weil hier sind immer nur dieselben Pokémon dieselben. Oh Gott, das ist doch kein Spaß. Ich trainiere meine Pokémon zusammen mit Vasili. Ich bin nicht leicht zu nähen. Also im Smart Let's Play werde ich es nicht mehr so machen. Da werde ich die Wassertrainer alle auslassen. Oder beziehungsweise die auslassen, wo ich denke, das lohnt sich nicht. Also ja. Also im Smart Let's Play werde ich die Route dann komplett ignorieren. Wie im Saphir Let's Play. Weil das war ja... Boah. Das ist keine Spannung mehr, nur gegen Wasser Pokémon zu kämpfen. Das kann wahrscheinlich Mogel-Heap. Und warum habe ich dann Toxin eingesetzt, wenn ich weiß, dass Lombro wahrscheinlich Mogel-Heap drauf hat. Ich bin ganz schön mutig. Aha, Mogel-Heap. Seht ihr? Aber es kann nur einmal Mogel-Heap einsetzen. Und das muss beim ersten Mal, ähm, ja. Mogel-Heap sein. Aquaknall funktioniert nicht. Ich bin überrascht, dass Lombroo Aquaknall kann. Normalerweise kann das ja kein Aquaknall von selber lernen. Ah ja, egal. Tja, Aquaknall bringt nichts. Du machst unseren Nenatom nur ein bisschen nass. Du säuberst ihn. Du, äh, erledigst meinen Job, ne? Ich muss meinen Nenatom immer ein bisschen putzen, weil es ja manchmal so... Weil die Schale manchmal von... Von allen möglichen Attakten angegriffen wird. Die Nenatom nicht... In Schaden zufügen können. Und dadurch wird der Panzer ein bisschen schmutzig, ne? Wenn unser Nenatom zum Beispiel von einer Gift-Attacke getroffen wird, die nichts trifft, also die unseren Nenatom nicht killt, dann muss ich das Gift immer abwaschen. Und das ist sehr lästig. Danke, dass du unseren Job mit der Aquaknall erledigt hast, ne? Okay, Azumarill. Ich glaube, Azumarill kann Walzer. Deswegen nochmal Schutt-Schütz. Du kannst doch Walzer, oder? Natürlich kannst du Walzer. Ich hätte es mir denken können. Habe ich auch. Okay, dann. Das heißt, ich wechsle zu Voltenzo. Ich nehme mal wieder Voltenzo. Haben wir ja lange nicht mehr eingesetzt. Letztens, glaube ich, war es bei Geordern, wo wir Voltenzo eingesetzt haben. Wo es dann in Kürzern gezogen hat. Und jetzt heißt es Schockwelle, ey. Ich hätte auch Donnerblitz einsetzen sollen, aber ich glaube, die Schockwelle reicht. Nicht immer ansatzweise. Okay, dann setze ich halt nochmal Schockwelle ein. Aus dem Grund, wo die Schockwelle jetzt immer trifft. Und bei Donnerblitz besteht immer noch eine Unsicherheit, dass es nicht trifft. Aber mit Schockwelle habe ich immer eine Sicherheit, dass es trifft. Ja, wieder ab. Ach, verdammt. Unser cooles Voltenzo wird im nächsten Part sehr, sehr oft benutzt werden, wenn wir dann im nächsten Part im Pokémon-Mitbewerb sind. Ja, die Art, wie Vassili kämpft. Dieser wunderbare Anblick hat mich dazu inspiriert, Trainer zu werden. Interessiert mich das? Mich interessiert es kein bisschen. Aber gut. Natascha. Das hier ist meine Waffe. Es kostet 500.000 Dollar, diese Waffe vier Sekunden lang zu feuern. Hahaha. Oh mein Gott. Wer hat Sascha angefasst? Wer hat mein Waffe angefasst? Mit der Heavy, für die, die es nicht wissen. Ich glaube, Ninetorm kann gegen Goldking bestehen. Goldking hat bestimmt nichts, mit dem Ninetorm angreifen kann. Und wahrscheinlich kommt es jetzt ab. Oder? Kommt es eine Attacke, die Ninetorm killen wird? Kaskade. Na, doch nicht. Goldking lernt übrigens von selber Kaskade. Oder beziehungsweise Goldini. Und ist, glaube ich, das einzige Pokémon, was von selber Kaskade lernen kann. Ich glaube, ich zumindest. Tja. Wunderwache, Wunderwache. Ich muss den Panzer wieder waschen. Ach, Mensch. Der wird so schmutzig. Schöne Panzer. Natürlich ist dein Untergang nur heraus. Weißt du das? Top Genesung. Ach, weißt du was? Das stirbt doch einfach. Toxin. Ja, ja. Kaskade, komm. Toxin. Und, ja. Jetzt können wir nur noch warten. Das ist jetzt noch eine Freude der Zeit, bis Goldking stirbt. Ich tue ihn mal ein bisschen quälen mit Groll. Ich bin ein Geist. Und senkt deine AP um 5. Das ist auch bald Halloween, ne? Da werde ich... Ich werde wieder ein Halloween... Also, was heißt hier wieder? Ich werde ein Halloween-Special machen an Halloween. Wird richtig interessant, Leute. Das wird richtig spannend. Ihr könnt schon gespannt sein auf den 31.10. Halloween-Special. Das ist übrigens eine Woche nach meinem Geburtstag. Ich sag immer eine Woche vor Halloween-Geburtstag. Finde ich ganz cool eigentlich. Okay, Goldking hat mal erledigt. Ich hab's euch ja gesagt, war... Ist ja nur eine Freude der Zeit. Du kämpfst mir an Mut, weißt ich. Das heißt ja Armut. Ich werde dir beibringen, dass Kämpfe keine Zuckerschlecken sind. Äh... Ich werde dir beibringen, dass Kämpfe keine Zuckerschlecken sind, weil ich es bereits schon weiß. Ich weiß... Francesca. Oh man, Goldini, Goldking. Immer denselben Müll. Also, Wasser-Pokémon sind so langweilig. Fast so langweilig wie Capodor. Und Capodor ist ein Wasser-Pokémon. Was für eine Ironie, oder? Oh Mensch, ich mag keine Wasser-Pokémon mehr als Gegner haben. Ich wette, die Hälfte aller Pokémon in diesem Gameplay waren Wasser-Pokémon. Die wir als Gegner hatten. Äh, das ist langweilig. Äh, jetzt kommt Weimar, dass wahrscheinlich Walzer drauf hat, ne? Du kannst doch Walzer, oder? So, ich setze das Schritt an, mich selber davon zu überzeugen, dass du Walzer drauf hast. Weißnebel. Weißnebel. Kommentieren soll. Du kannst doch noch Erholung, ja. Genau. Machst halt noch schlimmer. Okay, wenn es weiter so geht mit Erholung, werde ich Sonntag einsetzen. Na, okay. Muss ich gar nicht. Ich freu mich. So, jetzt kommt ein vergiftetes Pokémon, das unser Nihilton vergiftet hat. Das war Goldini, ne? Ja, genau. So, erst einmal kriegst du ein... Musst du ein bisschen KP zahlen wegen dem Gift. Und jetzt kriegst du ein... Ge-Body-Slamm'd! Nun ja. Ich sagte... Body-Slamm! Bäm, so ein fetter Dschungel-Dingsbobens. Pflatzt sich auf, so einen kleinen Fisch. Los, Fisch! Börp! Und wer ist schwierig, wird immer stärker, weil Goldini viel KP verloren hat. Aber es ist jetzt auch egal, Goldini ist da oben. Oh, du bist stark. Ja, ich weiß, dass ich stark bin. Ich zeige dir die... Was? Sublimen Techniken, die ich vom Arena-Leiter-Vassil gelernt habe. Sublimen Techniken? Das Wort habe ich noch nie gehört. Verdammtes Fremdwort. Frieda. Oh, Libiskus. Libiskus ist cool. Also ich mag jedes Wasser-Pokémon in diesem Spiel. Nicht bis auf Libiskus. Libiskus ist echt cool. Was sei denn? Jetzt bringt es unser Nihilton dazu, sich selbst zu verletzen. Nein, tu's nicht, Nihilton. Oh, ich glaube, ich muss Nihilton heilen, aber ich glaube, Libiskus setzt dann nochmal Bitterkus ein. Ich wechsle, dass es mir jetzt zu heiß, wenn Nihilton verwirrt ist. Ich nehme jetzt wieder ein weibliches Pokémon und zwar Welser. So, Zickenkrieg. Lesben, bitte. Libiskus ist lesbisch. Jetzt hat man weibliches Welser geküsst. Eklig. Äh, Erdbeben. Komm, machen wir's schnell. Na, jetzt aber. Nicht selbst verletzen. Nicht selbst verletzen. Gut. Sonst hätte ich dich jetzt als Emo beschimpft. Ja, also geht doch. Auf Wäser kann ich mich voll und ganz verlassen. Bitte verzeih mir, Vassili. Weißt du was von Vassili? Weil du einen Libiskus hast und dauernd von Vassili redest? Naja. Okay, heilen wir schnell unseren Pokémon und dann kämpfen wir gegen Vassili. Da werde ich irgendwie die Musik verändern. Ich hoffe, ich mach's jetzt nicht mehr so laut, weil im Kampf gegen Browner war die Musik etwas zu laut. Habt man mich kaum verstehen können. Ich hab's mir mehrmals angeschaut. Und ja, das war recht, naja, blöd eigentlich, dass die Musik so laut war. So, aber jetzt heißt es Arena. Letzter Arenaleiterkampf. Ich glaub, ich sollte mir vielleicht ein paar High-Items kaufen, weil der Vassili, der ist richtig, richtig stark. Und seine Level, die Level von Vassili sind auch viel zu overpowered. Wir müssen unsere Pokémon dann nachträglich noch ein bisschen trainieren. Ich werde sie dann nachträglich vor der Siegestraße auf Level 45 aufscreen trainieren. Oder was soll ich's in-screen machen? Ich mach's in-screen, aber ihr müsst es dann nicht anschauen. Ich mach's dann als Special Parts, kann man sagen. Okay, ähm, was brauchen wir denn? Ich glaub, ich kaufe mir mal 10 Hypertränke. Und, äh, 5 Beleber. Achso, wir haben keinen, ähm, dann verkaufen wir ein paar weitere Items, die wir da gefunden haben. Im Meer. Kingestein, Wasserstein, äh, Sonnstein, Wasserstein, ähm, Perle, die müssen wir verkaufen. So, nutzlos wie gar nichts, die Kerlen. Ähm, Sternenstaub ist zum Verkaufen da. Äh, ich glaub, nach dem Kampf werde ich auch noch die, ähm, Scherben eintauschen. Protiden, warum haben wir das nicht eingesetzt? Naja, das können wir noch verkaufen, Sternenstück. Äh, Zauberwasser, vielleicht wasser-attacken, ja genau. Äh, Riesenperle können wir auch verkaufen. Geht sogar 7500, richtig guter Preis. Herzschuppen können wir auch lagern oder eintauschen beim Attackenlerner. Hm, wir könnten ja mal schauen, was Grudon für Attackenlernern mit dem Attackenverlern hat. Das wär eigentlich ganz cool. So, Protein erhöht den Angriffswert. Ich geb's einfach mal, scheiße, Absolver hier, egal. Aber ich geb's mal Tropius. Tropius greift da mit Spezial an, aber egal, komm. Es greift ja auch mit Fliegen an und muss ja auch irgendwie mal mit Fliegen etwas reißen können. Ach, scheiße, jetzt haben wir vergessen, was zu kaufen. Äh, ich bin so verpeilt gerade. Na gut, ich hatte gerade einen harten Splinter-Selfahrt hinter mir. Da hatte ich überhaupt keine Lust mehr am Ende auf aufnehmen, aber ich mach's jetzt trotzdem. Das war vielleicht nervig, dieser Splinter-Selfahrt. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Da muss man immer vor und zurück laufen, weil ich nichts verstanden habe, wie's weitergeht. Oh Mann. Damit, glaube ich, mache jetzt viel zu viel Werbung für mein Splinter-Selfahrt. Das möchte ich ja nicht, ne? Sind unsere Pokémon eigentlich geheilt? Ja, die sind geheilt super, super, super. Und jetzt geht's auf in den Arena. Ähm, in die Arena und wir holen unseren letzten Orden. Wie heißt der eigentlich? Ich weiß gar nicht, wie der Orden heißt. Wäre cool, wenn der Meeresorden heißt, weil wir hätten uns den Titel des Meeresordens total verdient. So viel Wasser-Pokémon, gegen die wir gekämpft haben, das ist nicht mehr schön. Okay, jetzt muss ich nachdenken. Hier ist es ziemlich schwierig. So, so, so. Scheiße. Ich glaube, ich hab's falsch gemacht, oder? Ja, ich hab's falsch gemacht. Ja, ich hab's falsch gemacht. Toll. Okay, alles noch von vorne. Okay, nochmal. Ähm, dum, 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 dum. Nein, ja, jetzt bin ich falsch gelaufen. Ich hab mich falsch, äh, ich hab mich vertippt. Ich sag's kurz, ich hab mich vertippt. So. Moment. So. So, jetzt. So, so. 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 Ich weiß nicht, so vielleicht? So. Jetzt ist es falsch. Ich schau im Wiki nach, ich hab keine Ahnung. Bis gleich. Okay, hier bin ich wieder, ist eigentlich gar nicht so schwer. Es ist nur diese obere Ecke, die ich nicht weiß. Den Rest weiß ich. Okay. Selbstprinzip. Hier wieder so wie vorhin. Dam, 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 dam. Und dann so, äh, dann so, 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 so. Oh, das ist richtig. Oh. Hm, hm, hm. Geisse, ich hab's schon wieder falsch. Das seh ich gerade. Oh, Mensch. Wir müssen mehr Dinger mitnehmen. Das ist das Prinzip. Wir müssen so viele, ähm, Sachen wie möglich kaputt machen. Die Bauten ist eigentlich immer wieder auf, wenn ich hier faile. Das kostet sich ja ein Vermögen, immer wieder neue Eisplatten hier draufzustellen. Naja. Okay, so. Hä? Okay, wie gesagt, es soll hier so reingehen. Aber ich hab's früher auf eine andere Methodik gemacht, und zwar bin ich hier früher immer nach rechts gegangen. So, 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 so. Und der Rest ist nicht so, das hat mir besonders schwer. Dam, 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 dam. So, Safe State. Ich mach das jetzt nicht nochmal. Wär ja zu schön, wenn ich das nochmal machen würde. Und jetzt heißt Kampf gegen Vassili, den letzten Arena-Leiter, in diesem Let's Play. Aber zuvor mach ich Pause. Bis gleich. Erlaube mir, mich kurz vorzustellen. Ich bin Vassili, der Arena-Leiter-Funktionär, Rubel. Irgendetwas fällt mir an dir auf. Da ist etwas. In deinem Auftreten. Ich denke, ich spüre etwas in dir. Das, was in der Urzeithöhle passiert ist, und was du getan hast, all das werde ich in dem Kampf hinterlesen können. Gebe mir die Gelegenheit dazu. Zeige mir, wie du deine Pokémon in den Kampf führst. Und als Gegenleistung zeige ich dir eine Illusion im Wasser, Dageboten von mir und meinen Pokémon. Und der letzte Arena-Leiter-Kampf in diesem Let's Play gegen Vassili. Und wir setzen die Biskuss ein. Oh, und natürlich dieses Weiblich, dieses On-Assign, ich setze Schussschütter ein. Das kommt wahrscheinlich Bitterkuss, ne? Bitterkuss. Du setzt doch Bitterkuss ein. Richtig? Natürlich. Weil Bitterkuss die einzige Attacke ist, die unser Minotorn kriegen könnte. Ich wechsle zu, mache jetzt einen Prozess mit Voltenso. Ich muss hier in diesem Kampf wieder alles geben. Denn es ist ein Arena-Leiter-Kampf. Gegen Vassili. Gegen Vassili sollte man immer sein Bestes geben, weil Vassili ist nicht zu unterschätzen. Gut, ich bleib jetzt an mit Donner-Blitz. Äh, äh, ich bin verwirrt. Aber egal. Schaule, Diskuss. Ich lieb dich nicht. Und der will einer uns ver- Für Voltenso. Ich war genau jetzt. Lennst du eine neue Attacke? Nein, keine. Wir brauchen ja noch die richtigen Attacke für den, äh, Pocaron-Wettbewerb. Und der Diskum-Vassili hat dasselbe Level wie unser Vassili. Hm, wollen wir Vassili gegen Vassili? Und zwischen das? Ich glaube jetzt nicht. Ich glaube, ich mache wieder kurzer Prozess mit Prozess. Den Diskum-Vassili schenken abgeben. Natürlich. So, ich tue jetzt mal einen Solastrall vorbereiten. Ein Solastrall ist vierfach effektiv. Und es kann eine Aquawelle nicht verwirren. Nicht verwirrt? Natürlich. Natürlich haben wir unten mal wieder riesiges Glück. Unser Pokémon ist verwirrt und der ist verletzlich mal wieder selbe, oder? Aber wenn ein Angriff wird sich selbst verletzlich, kann ich jetzt schon sagen. Hm, was ist passiert? Ich hab keine Ahnung, was da passiert ist. Hm, wir könnten nur noch um die Mäse einsetzen. Das mache ich aber, wenn Tropius sich jetzt selbst verletzt. Okay, es hat sich nicht selbst verletzt. Respekt an Tropius. Es lässt sich nicht durch eine Verletzung aufhalten, den Solastrall machen können. Liebe Übertränke. Na ja, guck. Äh, sonst wird es nicht demotivieren. Ich greife einfach weiter an. Und Tropius wird sich jetzt noch nicht selbst verletzt. Also bis jetzt leistet uns der Tropius riesige Arbeit. Na, Kawelle bringt nichts. Weil du bingst damit, äh, du tust nur unsere Pflanzen damit gießen, ne? Das ist ja super, ne? Okay, wieder einen Solastrall vorbereiten. Wäre eigentlich besser gewesen, wenn mir zuvor hier Sonntag an dieses Taten. Aber es ist egal eigentlich. Nicht verwirren, nicht verwirren. Gut. Und jetzt auch Vierfache Stärke gegen Welser. Und, ja. Kurz. Das war Pokémon Nummer 2, aber sein letztes Pokémon hat es echt in sich. Und ich wollte ja dem Nia von den Epitale geben. Na, jetzt hat unser Welser schon Level 43. Sejung. Okay, hier muss ich wechseln. Sejung kann was. Ist eigentlich Eis gegen Käfer sehr viel tief? Ne, ne? Ich setze Neon von da ein. Ach so, ich komme jetzt in eine fiese Attacke. Hagelsturm, scheiße, aah! Oh Gott, ich dachte, es kommt Hagelsturm. Oh, das wäre ein Pulsurteil für Nia Zombie-Wiesen. Ich habe T-Zugabe. Okay. Hoffentlich kann Sejung kein Hagelsturm. Und so ist dann mein Problem. Okay, Sejung ist vergiftet. Ich wollte schon verwirrt sagen, aber verwirrt ist gar nichts. Da. Zugabe. Oh, ne, jetzt hat es nur Toxin ein. Oh, Mann. Das ist fies an Zugabe. Bei Zugabe muss Neon die gleiche Attacke, äh, die selbe Attacke einsetzen, wie es verwendet hat. Das ist auch der Grund, warum Zugabe nur 5 AP hat. Ist eine Attacke aus der zweiten Generation? Weiß ich noch. Wo ich die Attacke zum ersten Mal gesehen habe, weiß ich gar nicht mehr, weil ich um Grucken und das war, ich glaube, das war, ich glaube, das war, oh, hey, guckermann, das ist, keine Ahnung, weiß ich nicht mehr. Zugabe von Neon is Bennett. Ja, jetzt können wir wieder angreifen. Ach, Mensch, das ist fies an Zugabe. Man kann die Attacke immer wieder, ja, man kann es immer wieder normal einsetzen. Und unseren Neon dazu zwingen, immer Toxin einzusetzen, aber man ist ja noch fieser, wenn man die Attacke mit, ähm, Horrorblick kombinieren könnte. Oder mit, ähm, mit Polterknecht, denn dadurch würde der Reichen nur Verzweifel einsetzen und wir können dadurch nicht mehr angreifen. Wäre eigentlich eine coole Taktik für Absor gewesen, aber Absor kann leider kein, ähm, keine Zugabe. Baby-Pokémon kann Zugabe. So, okay, du hast uns dazu gezwungen, dein Goldking zu übergiften und wir hatten keine Wahl, wir müssen das jetzt tun. Und jetzt demonstrieren wir Negatoms Stärke mit, äh, Geheim-Power. Yeah, perfekt. Ich appiert, äh, Toxin noch. Oh Mann. Also, ja, äh, Zugabe, äh, ist ein witziger AP-Killer. Könnte man auch mit Horrorblick, äh, ich meine mit Groll kombinieren, um den Gegner dazu zwingen, die Attacke einzusetzen, ähm, wo man jetzt pft und die eben von der Attacke drinken müsste. Ist ja auch ganz fies. Also Zugabe ist schon eine gute Attacke. Aber ob Golking ein gutes Pokémon ist, das werden wir gleich erfahren, ne? Aber ich sehe hier nicht so aus, als könnte Golking unser Negatom angreifen. Das ist wieder eine Ausrede, diese Hyper-Tank. Naja, ich sollte froh sein, dann kann er den Hyper-Tank jetzt nicht mehr bei seinem letzten Pokémon einsetzen. Das muss hier geklöst. So, das guckst, freust dich auch. Na, na, na. Sag mal, weil er seinen Geekinds-Attacke, was? Tja, nichts gegen Negatom. Negatom ist uneffektiv gegen Wasser. Und Schissgall gegen Level 38 für Minus vom... ey, ja, das ist Level 38. Und es ist dann Spukball. Soll ich nicht Spukball da bin, wenn ich... Geheim-Power-Säure? Geheim-Power, ich weiß nicht, ich habe Geheim-Power. Ich, äh, verliere mal Geheim-Power. Warum nicht? So, da ist auch Step drauf, das ist dann gut. Und Geheim-Power kann man ja eh nochmal kaufen. Achso, ich dachte, ich dachte, der hat einen Theta-King. Und nicht die Melotic. Naja, da verweckst sich wohl was. Aber Melotic kann unser Negatom nicht angreifen. Das heißt, wir haben gewonnen. So, driften wir dieses Melotic einfach mal. Das ist ein Secret-Problemat. Das ist ein Secret, das ist so schwach gegen einen Negatom. Dass es schon fast peinlich ist. Du kannst nichts mehr machen. Du hast verloren. Weil hier ist gegen ein kleines Negatom. Theoretisch hätten wir auch ein Level 20er-Nehner-Zum-Degwin antreten können. Und wir hätten gewonnen. Ist ja echt fies. Okay, testen wir Spukball. Ja, es sieht ein bisschen mehr ab als Geheim-Power. Aber er ist ja auch ein Spezial-Faktor. Ich glaube, Negatom bleibt eher mit Spezial-Anneins mit normalem Angriff. Und nochmal Spukball. Ich schmuck mir in das Gesicht. Weil es so scheiße ist. Okay, wir haben unseren achten Orden bekommen. Ja, verdient. Wie auch immer. Jetzt bekommen wir unseren achten Orden. Und wir können in die Liga und Kaskade einsetzen. Bravo. Jetzt erkenne ich, welch ein großartiger Pokémon-Trainer vor mir steht. Es hat mir viel Freude gemacht. Dich und deine Pokémon kennengelernt zu haben. Du verdienst zu Recht den Schauer-Orden. Bitte nimm ihn an. Den haben wir uns hundertprozentig verdient. Bei den ganzen Wassertrainern da im Meer und so. Boah. Den haben wir uns hundertprozentig verdient. Diesen Schauer-Orden. Diese Orden sorgt dafür, dass dir alle deine Pokémon gehorchen. Der Orden befähigt dich außerdem dazu, mit der vornen Kaskade Wasserfälle in jede Richtung zu passieren. Und damit du unseren Kampf stets in Erinnerung behältst, gebe ich dir dies. Themen 3. Das ist Aquarelle, die seine Lieblingsattacke wahrscheinlich, die er sehr oft eingesetzt hat. Damit kann das gegnerische Pokémon mit Ultraschallwellen verwirrt werden. Schauen wir uns mal unsere Orden an. Und ich mache mal schnell die Musik wieder an. Bis gleich. Okay, Musik ist wieder an. Schauen wir uns unsere Orden an. Okay, hier sehen wir unsere Orden. Wir haben jetzt alle acht. Wir können uns in die Pokémon-Liga und die Top-4 herausfordern. Und ja. In diesem, ja. In diesem Part heile ich noch die Pokémon. Und dann heile ich es im nächsten Part. Was machen wir denn im nächsten Part? Machen wir uns Wettbewerb oder zuerst alle versteckten Wasserfälle ruten? Ich glaube, ich mache alle Wasserfälle im nächsten Part. Dann haben wir endgültig alle Wasser-Pokémon hinter uns und das ganze Zeugs. Und dann machen wir den Wettbewerb. Genauso machen wir es. Also im nächsten Part, Leute, machen wir die ganzen Wasserfälle von Höhen. Und dann haben wir endlich diese Wasser-Pokémon hinter uns. Zum Glück. Also, wenn ich jetzt... Wären die ganzen Routen hier voller Wasser-Trainer-Routen gewesen, dann, boah, das hätte ich dann nicht mehr durchspielen können, weil das so langweilig zum Kommentieren ist. Das ist unglaublich. Also, gut, im nächsten Part, wie gesagt, die ganzen Wasserfälle. Und bis dahin sage ich Servus. Ciao, Leute.